Sie? Sie sind doch noch total grün hinter den Ohren. Was wollen Sie schon gegen mich ausrichten? Ich war Krankenschwester. Wussten Sie das? Bevor all dies losging. Das bedeutet, ich weiß genau, wo ich Ihnen wehtun kann. Ist das angekommen, kleiner Mann? Meine Liebe, Sie können mich nicht töten. Sagen Sie es ihr. Er hat recht, Sophia. Her mit dem Messer. Wissen Sie, wie er seine geliebten Raketen baut? Wie viele Sklavenarbeiter dafür schon gestorben sind? Wir brauchen ihn. Und wir brauchen die Nelly. Dieses Nazi-Schwein! Die Nelly ist ein verrückter Massenmörder! Wir brauchen sie. Alle beide. Sie vielleicht. Wir nicht. Wir sind besser als das. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen etwas sagen, meine Liebe, über Ihren geliebten Vater. Meinen Vater? Was wissen Sie? Sagen Sie es mir schon! Die anderen sollen gehen. Gut. Aber Giancarlo bleibt. Kann man sie alleine lassen? Deswegen habe ich das Messer verlangt. Finden wir raus, was er erzählt hat. Sophia! Willkommen zurück zu einer neuen, hodenzerquetschenden Folge. Sniper Elite 4 mit dem Mann, der Geschmack gefunden hat an saftigen Nazi-Hoden. Quantum. Was? Das war wohl die ekelhafteste Begrüßung, du dir je gemacht hast. Bist du stolz auf mich? Ich schaffe es jedes Mal aufs Neue, ne? Wow, ja. Aber du hast in der letzten Folge gesagt, boah, Hoden. Mann, da schieße ich jetzt gerne rein. Das ist geil. So war das, was? So war das doch. Ich kriege noch mehr, also. Rieber. Karl, die Partisanen haben uns ein Gefällen getan. Was meinen Sie? Kessler. Er hat Sophia verraten, dass ihr Vater noch am Leben ist und irgendwo in Giovi Fiorini verhört wird. Rothbauer. So ist es. Diese Ablenkung war nötig. Wir wissen, dass Rothbauer und Böhm sich vor einer Woche trafen. Rothbauer ist, äh, Böhm's Vertrauter. Hochrangige Nazis packen nicht aus. Sie schlucken lieber Zyanid. Rothbauer ist ein kleiner Fisch. Wir brauchen dringend Beweise für Böhm's Plan. Rothbauer heißen Menschen wirklich so? Habe ich noch nie gehört, den Namen. Ja, nur weil du es noch nie gehört hast. Was ist passiert? Sie hat die anderen mitgenommen. Allesamt. 15 Kilometer von hier gibt es einen Verhörblock. Wegen dem, was Kessler ihr sagte. Ihr Vater, Karl. Laut Kesslers Aussage lebt ihr Vater noch. Wo ist dieser Verhörblock? In Giovi Fiorini. Nordöstlich von hier. Karl, was man unseren Leuten dort angetan hat, ist unvorstellbar. Wieso hat sie Kessler geglaubt? Die Details. Er wusste zu viel über die Entführung ihres Vaters. Und Was? Sophia traut weder ihnen noch Weaver. Sie denkt, sie haben sie betrogen. Genau wie das OSS ihren Vater. Weil es weder die Entführung verhindert noch die Rettung eingeleitet hat. Ganz genau. Na, deine Frau ist wütend. Kümmer dich mal mehr. Sie will wieder nur Versöhnungsex. Was für ein Gestank. Ist das ihre Art der Verhörmethode? Ach, man muss kein Genie sein, um zu wissen, wer den Krieg gewinnen wird. Sie sind sich wohl sehr sicher. Selbstverständlich. Ich bin ein Unikum. Ich bin für alle Seiten von gleich hohem Wert. Und somit bin ich unantastbar. Sie verschweigen uns irgendetwas. Äußerst scharfsinnig, Lieutenant. Ich sterbe. Meine Leber ist kaputt. Ich erlebe wohl weder Weihnachten noch das Kriegsende. Erwarten Sie jetzt Mitleid? Wird Ihnen jetzt klar? Warum es so leicht war, mich zu entführen? Sophias Vater ist seit Monaten tot. Sie haben uns reingelegt. Dorfmann hat uns reingelegt. Oh, all diese Mühe. Und dabei nutze ich weder Ihnen etwas noch dem Vaterland. Ich bin, ähm, wie sagt man noch gleich, einem, ein Windei. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Wird gemacht, Rotfuchs. Fangen Sie den Transporter mit feindlichen Propagandaschriften ab. Ende. Hab verstanden. Ende. Wir wurden reingelegt. Wir können niemandem trauen. Joe, was hältst du davon? Ich bring dich am besten um. Warum? Ich bin dein Auszubildender. Ja, ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Ich hab deine Mama genommen. Du kannst mir trauen. Meine Mama ist tot. Nein, Joe. Nein. Nur weil sie geschrien hat, heißt das nicht, dass ich sie umgebracht hab. totes Schreien nicht. Das war ein sehr lustvolles Schreien. Ich wundere, warum so kalt war? Egal, es hat mich nicht gestört. Im Krieg muss man nehmen, was man kriegen kann. Wow, es ist ekelhaft. Die Folge ist echt gut, oder? Das gibt Klicks. Wie gehen wir vor? Stealthen, oder? Du fragst mich das jedes Mal. Ja, jedes Mal, weil du bist derjenige, der das abwiegen und entscheiden muss. Bring ihn um. Ja gut. Ist tot. Hier wird gestalpt, hier wird einfach rumgeschossen. Rumgeschossen. Wie bei deiner Mom. Wow. Der war gut. Achtung, die kommen jetzt irgendwo da hoch. Siehst du sie? Hier drüben. Der ist ganz schön abgeknickt. Wie bei deiner Mom. Oh mein Gott. Die genommen von mir, danke. Ja bitte. Jetzt bin ich aber durch mit den Muttersprüchen, ehrlich versprochen. Immer looten, vielleicht ist was Gutes drin. Okay, ich habe schon wieder Munition gefunden. Ja, das ist schön. Du bist jetzt ein Diplom. Ich habe alles eingesammelt. Wäre nett, ja, würde ich mich drüber freuen. Ich würde das Glowhangen, so wie den YouTube. Den habe ich weggeworfen. Gold Button. Gold. Bist du nicht kurz davor? Na, kurz davor. Laut Analytics heißt es, es würde noch ein halbes, na, ne, ein Jahr glaube ich wird es noch dauern. Gehst du damit in eine Bar und zeigst den Mädels? Ja, ja, und die sagen dann, wow, ich bin so nass, nimm mich, großer Hecht. So läuft's. Hm, vielleicht in deiner Fantasiewelt. Im echten Leben scheißen die auf YouTube. Dann zeigst du ihnen halt den Kontoauszug. Ja, wow, die 900 Euro brutto. Das Taschengeld. Achso, heißt es noch immer, dass man Taschengeld verdient? Ja klar verdiene ich Taschengeld. Wieso? Die Anteile an dich sind groß. Ich habe keine Eingänge, hallo? Tja, wir hätten wahrscheinlich von Disney abgefangen. Sag mal, wo sind denn die ganzen Gegner? Joe. Da unten ist irgendwo einer, siehst du ihn? Ja. Wow, ihr kriegt sogar eine Animation spendiert. Da hinten ist noch irgendwo einer, siehst du den anderen auch? Rechts, rechts, oder? Machst du ihn? Mach ich ihn? Ich mach ihn. So, der Feind sucht. Es kommt gleich einer hier die Treppe runter. Was? Nee, er bleibt oben stehen. Aber der müsste hier sein. In der Nähe von der Treppe. Hinter uns ist auch noch einer. Seh ihn, Moment, ich mach den hinter uns. Jo, Augenschuss. Immer wieder der gute alte Augenschuss. Hörst du ihn nicht in der Ferne? Wie er brüllt? Ich hör gar nichts. Soldaten! Hast du nicht gehört? Nee. Da ist noch einer irgendwo. wo du dir wieder einbildest. Nein, hier ist noch einer. Hinter uns müsste noch einer sein. Oh, war das ein Helmschuss? Also hinter uns ist irgendwo noch einer am Leben. Aber ich seh ihn leider nicht. Alles klar. Die Luft ist rein. Warte, hier vorne müsste auch irgendwo einer sein. Weil nachts sind Nazis eben extrem gut getarnt. Da vorne kommen welche. Oh, da kommen ein paar. Ganz gegenüber. Geradeaus. Das Boot ist eine Bedrohung. Moment, das Boot ist eine Bedrohung. Hast du es gehört? Was? Das Boot ist eine Bedrohung. Ja, dann mach das Boot tot. Ja, mach ich jetzt auch. Es reimt sich. Wieso? Hm, bist ein echter harter Reimer, boi. Nein! Crap God. Was? Daneben geschossen. Was für ein Noob. Was für ein Noob. Das Ding bewegt sich wahnsinnig schnell. Das ist ein Speedboat. Wieso lebt der noch? Jetzt ist er tot, oder? Jetzt hast du ihn explodieren lassen. Ja. Das Boot. Was ist mit dem? Bist du vom Boot besessen? Ja, bin ich. Da hinten ist noch einer. Schon wieder ein Augenschuss. Irgendwie kann ich nur Augen treffen. Ich mach den Nazis schöne Augen. Was hast du eben gerade gemacht? Jemanden getötet? Das ist mein Job. Das ist dein Job? Mensch, jetzt bleib doch ruhig stehen, du Vollpflaume. Diese Geschützstellung muss da weg. Guck mal, hier oben. Hier oben geht's rund. Bist du bei mir, mein Freund? Nee, ich bin oh shit. Oh fuck. Was machst du denn jetzt? Oh Gott, 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 Echt jetzt? Ja. Nimm eine Bandage. Ja, die kamen ganz plötzlich aus dem Nichts. Scheint ein schönes Gefühl zu sein, schwer verletzt zu sein. Oi. Ah, mein... Was treibst du denn da hinten, Joe? Ich bin hier umzingig. Was soll ich davon nur halten, mein Junge? Erstens bin ich nicht dein scheiß Junge. Mein Bub. Ach man, jetzt schieß ich wieder daneben, weil das sich natürlich genau dann bewegt, wenn es wichtig ist. So, das Boot ist wieder da. Dat muss weg. Fahrer ist down. Ich versuche jetzt Sachen. Ich kriege irgendwie keine Animationen hin. Oh, jetzt habe ich mal eine bekommen. Schön. So undankbar. So, hier, Boot explodiert. Sehr gut. Bedank dich später bei mir. Da drüben ist noch einer. Jetzt geh nicht hier hoch, sondern jetzt springt er wieder über die Leiter. Komm schon, zeig dich. Zeig dich, zeig dich, zeig dich und oh, wunderschöner Kill. Also die Queen, die ist auf jeden Fall amused. Oh shit, hier unten sind ja tausende. Na, wo bist du mein Freund? Mann, er ist hier in Deckung. Hier, hier steht einer, aber ich kriege ihn nicht. Hinterlebt ihr noch? Kriegt ihn nicht. Wenn ich noch einmal die Leiter hier runtergehe, flippe ich aus. Benni, was treibst du denn da hinten? Ich bin am überleben. Oh, 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 Ich bin da. Da kam ein Mann, der hatte so eine spezielle Super-Nazi-Waffe. War ein spezielles Super-Nazi-Sondermodell. Und der hat gesagt, ja, ich schrubb dich mal weg. Oh fuck! Genau, den meine ich. Hast du gesehen? War eine Super-Nazi-Waffe, ne? Ja, absolut. Ne, das war ein Cheat. Das war ein Cheat, ja. Bin schon hier, Baby. Reib mich, knet mich. Fass mich an. Sei nicht schüchtern. Massage. Hinten ist immer noch jemand. Au, hinter uns. Wow, wow, wow. Ist da noch einer? Oder? Ne, das war die Blume. Aber auf der anderen Seite ist noch einer. Das passiert häufiger. Hier sehe ich noch einen. Einer rennt hier drüben, aber hier sind noch ein paar andere. Da ist auf jeden Fall ein Auto, Fahrzeug gefunden. Bis jetzt haben wir uns irgendwie erst 5 Meter bewegt, ne? Ja. Wir lassen die Leute hier immer wieder nachkommen. Oi. Wo, 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 wo. Da kommt schon wieder jemand. Wir kommen hier nicht vom Fleck. Ne. Die Nazis wachsen wie Blumen aus der Erde. Stachelige Rosen. Was zur Hölle? Ich schieße genau in sein Face, ne? Was sind das hier für Nazi-Cheats? Wer, 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 wer? Ach, da kommen noch Tausende über die Straße hier. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Au. Was war denn das für ein Treffer? Bist du bekloppt? So, hier bitte und zack. Nein, der lebt noch. Oh mein Gott, ich schieße neben. Ist tot. Aber hinter uns, jetzt kommen sie auf einmal hinter uns. Ja, vorne kommen auch wieder welche. Was ist das hier für eine Stelle? Endless Nazis. Wie viele sind hier in der Stadt? Ich hab'n Jäger getötet. Oh oh. Vor mir sind... Was? Können wir endlich weitergehen? Was meinst du? Vor mir sind welche? Nazis am Strand. Strand Nazis. Der eine geht hier nach oben. Er geht immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Oh mein Gott, vor mir sind drei Leute. Hab' ich ihn einmal getroffen. Ist down. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Auf einmal kommen hier noch ein paar Nazis von hinten. Komm schon, komm schon. Double Kill. Gib mir mal ein Double Kill. Durchs Herz. Und der da hinten simuliert. Den hab' ich gar nicht getroffen. Na, 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 na. Alright. Okay, komm jetzt. Alright, alright. Ich muss erst hier alles ausrotten. Oh Gott. Alter, die Kniescheibe zertrümmert. Oh mein Gott. Das ist krank. Sind jetzt alle tot. Ja, bevor die wieder hier spawnen. Alle sind tot. Oder was auch immer. Passiert hier. Das Problem ist hier bei mir, geht schon wieder die Munition aus. Ja. Moment, ich muss den Nazi hier drüben anfassen. Haben wir eigentlich schon auf die Karte geschaut? Also, hinter uns kommt schon wieder einer. What the? Muss ich auch durchsuchen, aber hier. Ich hab' nix. Ey, wer schießt auf mich? Ist tot. So, jetzt schauen wir erstmal, wo müssen wir denn hin? Wir müssen geradeaus. Ja, wir müssen einfach geradeaus. Eigentlich eine total kleine Karte. Klein. Überschaubar. Niedlich. So, niemand hat hier Munition. Ah, der hat er. Jesus Christ. Bisschen was. Also, die andere Seite hab' ich auch schon ganz gut ausgedünnt. Sonst nix. Gewehr-Munition, endlich. Kleines bisschen. Was hat der hier? Kommen da schon wieder welche von hinten angewackelt? Ah, hier ist Munition. Eine Munitionskiste, oder wie? Bin einfach drüber gelaufen. Hat's geblinkt. Und wenn's blinkt, ist gut, oder? Stopp, schon, ja. Hallo, Nazis. Da drüben, stopp, 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 stopp. Oh, jemand entdeckt mich, jemand entdeckt mich. Bleib cool. Bleib undercover. Wo ist der? Also, zwei sind vor uns, und zwei sind über uns. Und da müssen wir auch hin, da haben wir irgendein Ziel. Ich seh den nicht, der mich entdeckt. Ich hab' mich verloren. Ach, der verloren. Geh runter, geh runter, der sieht mich. Ah, vor uns, links. Fremd da hier rechts hoch. Ich seh' einen, ich seh' einen, ja. Bauchschuss. Ich bauch' einen. Ich geh' da jetzt hoch. Irgendjemand, oh shit! Oh Gott, ich wär' da hier gerade. Ich geh' jetzt oben hin. Ich kümmere mich mal hier um die Missionsnummer. Das Ziel, ey. Das Ziel. Wer schießt denn auf mich? Oh, hier oben ist ein richtiger Stützpunkt. Diese riesige Kanone muss verschwinden. What the fuck? So, also, diese riesige Kanone muss verschwinden. Als ich mit deiner Mom fertig war, hat sie dasselbe gesagt. Oh mein Gott. Ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Oh mein Gott. Ich wurde genau in dem Moment angeschossen, wo das explodiert ist. Schön, oder? Das ganze Entertainment-Paket. Hier in Sniper-Elite. Wir sind halt true professionals. Ah, warte mal. Hier oben gibt's doch bestimmt auch noch irgendwas Witziges. Oh, guck mal hier. Hier können wir uns dann zur Ruhe setzen, wenn der Krieg vorbei ist. Richtig schön hier. So ne kleine Finca. Du, hier kommen bei mir tausend Leute. Hallo. Und ich bewerte den Immobilienmarkt. Während du hier Urlaub machst, oder was? Einer muss es ja machen. Da vorne rennt noch einer rum. Übernimm. Hast du? Ne, ich hab gar nichts dran. Hier schießt jemand. Ja, also, war doch gar nicht so schwierig, oder? Heute lass ich dir mal die Kills. Was? Welche Kills? Ja, die Kills eben. Heute bist du der Held. Ich bin immer der Held. Na. Im Herzen. Geht so. Ja, schon. Na, geht so. Die Träger schon, mehr als du. Was? Ja, schon. Wann kriegst du denn mal Blumen zugeworfen, ha? Ja. Nie. 1985 hab ich das letzte Mal bekommen. Und du? Gestern. Das ist eine Lüge. Ne, echt jetzt. Da kam so ne Frau, hat mir einfach so ne Rose überreicht. Für deine tollen Arbeiten. Und du bist so, oh, danke. Bin dein größter Fan. Danke, ist aber lieb. Ich bin Stan. Ey, heute mach ich irgendwie nur untödliche Treffer. Du wirst ja sie leiden sehen, oder was? Entscheint, ja. Hier, ich hab ihn getötet durch einen Knieschuss. Wusse ich nicht, dass das tödlich ist. Kaffee Mario hier drüben. Oh, ja. Cappuccino, Spaghetti, Polonaise. Du kannst Italienisch? Ja, ein bisschen. Bippidi-bappidi. Ich kann auch Griechisch. Aber das weißt du ja. Bist du ein kleiner Schmutzfink. Komm schon. Nee, eben nicht. Das hast du jetzt verschissen. Ja, du magst es auch, wenn ich so schmutzig bin. Igitt. Nee, mitten auf der Straße. Because nobody cares. Warte, hier ist irgendwas, wo wir wieder zerbomben müssen. Oder, keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall ein Ziel. Wow. Es wird hier scharf geschossen. Soviel zu Quantum. Von wegen nur Platzverdrohnen. Wow. Das haben die Fans gesagt. Deine Fans. Ich hab das nicht gesagt. Ich hab mich immer verteidigt. Mhm. Wie ist denn die Kugel? Hat die sich gedreht? Was ist happening? Michael Bay schoss. Wart mal hier. Guck mal, ich mach hier Objectives. Weißt du, er rennt einfach durch. Scheiß auf Objectives. Aber die müssen wir machen. Ja, mach doch. Achtung, da kommt ein LKW. Den müssen wir aufhalten. Da kommt der Konvoi. Konvoi. Oh Gott. Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Ich will jetzt keine Angst machen, aber wir werden sterben. Ah, der gute Kies, der regelt. Was ist mit meiner Miene? Mit meiner Miene? Meine Miene. Hier, Fahrerkill. Wer schießt denn hier? Achso. Hier ist noch ziemlich viel los. Kanonen-Kill. Richtiger Zauberer bin ich. Ah, ich hab keine Munition mehr. Oh was? Nichts mehr. Leer. Gibt's hier drüben Munition? Komm schon, Junge. Gib mir doch irgendwas. Tja, mit Quantum wird jedes Spiel zu Call of Duty. Das ist nicht wahr. Das ist wahr. Das ist meine Art zu Stealthen. Nur weil wir andere Ansichten haben von Stealth. Du weißt, was Stealth bedeutet? Ja, reinrennen und schießen. Genau, ja, ja. Das ist schon richtig. Ne, das ist schon korrekt. Das ist nämlich blöd, hallo? Da hinten ist die Villa. Wie bist denn du jetzt überhaupt? Na hier zum nächsten. Ich hab die komplett aus der Karte. Großen Missionsziel. Ich mach das, wofür man mich bezahlt. Nazis bashen. Wollte hier von hinten kommen. Kein Wort des Dankes. Wie jetzt Dank? Für was denn? Naja, für meine Aktion. Welche Aktion? Na, die von hinten Aktion. Dafür soll ich mich bedanken? Für eine von hinten Aktion? Ja. Ich glaube, ich hab jetzt mindestens dreimal das Leben gerettet dadurch. Wenn nicht fünfmal. Wahrscheinlich, ja. Ich fühl mich auch schon ganz errettet, Ted. Ich hab Briefe von Goebbels. Nehmen Sie mit. Sie sind wahrscheinlich total wichtig. Wer schießt denn hier? Wer hat das Schussgeräusche? Nein. Bist du tot? Ja. Irgendjemand wird geschossen und geschossen. Naja, hier hinten ist irgendwie die derbe Aktion. Wo ballern die denn hin? Was machen die da drüben? Spaß haben. Hätte ich auch gerne. Hatte ich schon lange nicht mehr. So, jetzt müssen wir irgendwie hier hoch. Drüben ist wieder einer. Da hinten ist irgendwo noch einer. Komm schon, zeig dich. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ich hab nicht unendlich Luft. Wirklich? Oh mein Gott. Da ist noch irgendwo einer. In der Ferne. Hier. Seen und tot. Gut. Da hat doch jemand ein Tonband laufen mit dem Schussgeräuschen, oder? Ah, hinter uns. Gewesen. Okay, die sind alle oben im Garten der Lüster. Im Nazi-Garten der Lüster. Oh yeah. Erotische Abenteuer. Da kommt der Nächste. Wie hier noch rüber geflogen ist. Oben. Er hat eine Granate geworfen. Oh shit, Granate. Wo liegt die denn? Ach da. Vor dir. Der Typ ist aber schlecht im Werfen. Hat er sich selbst getötet? Ja. Ja. Ja, da fliegen seine Brocken rum. Tja. Das sind die besten Männer, ne? Kein Wunder. Okay, wir müssen hier rein. In die Villa. Ja, ich hab wieder von hinten gemacht. Da machen wir dann unseren Ruhestand. Siehst du das hier? So mit einer Flasche Vino. Schaukelstuhl, oder? Da sitzen wir dann. Aber die Aussicht ist ja beschissen. Warum hier hin? Sehe ich ja nur das Gebüsch hier vorne. Ja, dann eben hier hin. Designtechnisch nicht so prickelnd, hallo? Ist der Panzer hier aktiv? Nein, oder? Nee. Nee. Das wär mies. Gut. Wo ist denn hier der große Nazi-Macker? Der muss irgendwo hier sein. Ich geh mal nach oben. What the? Was? Alter, wie schnell holen die dich denn weg? Hier. Wo war der? Hast du ihn? Nein. Ja. Okay. So, warte mal. Was ist... Wollen wir im Moment noch nicht schießen? Ich schieß doch nicht. Ach, das ist so... Ja, ich muss dich schießen. Hallo? Ja, ich... Ja, ich dachte, das wär jetzt irgendwie... Das war Rotbauer. Ja, ich dachte, das wär jetzt was Besonderes. Weißt du, dass man da irgendwie jetzt krasse Sachen machen kann mit dem. Ich hab die Tresorkombination. Ich hab wieder Briefe von Göppels Mom. Warst du auch in ihr drinnen? Ja, warum denkst du, warum das so durchgedreht ist? Ich hab ein Monster kreiert. Oh mein Gott. Propaganda-Aufnahmen hat er gefunden, oder? Ja. Wo ist denn der Tresorraum? Ich will... Manni? Oh Gott! Leben gerettet, aber hart. Aber hart! Ja, hart. Ja, ja, schon. Hat ist Besonderes. Schon, also... Okay, jetzt müssen wir nach oben wieder. Ich bin nach oben. Nein, nein, raus aus der Villa. Einmal hier die Straße runter. Aber die Tresorkombination! Die setzt du dann woanders ein. Warum? Ja, weil... ... halt... ... ist so. Ach so. Der steht halt woanders. Der hat die Kombination dabei für den Safe in seiner Zweitrilla. Der ganz wahnsinnig ist. Ja. Das ist so wie dein Bankkonto in der Schweiz. Genau. Damit ich halt keine Steuern zahlen muss. Deswegen bin ich auch in der Schweiz gemeldet. Sehr richtig. Guck, da hinten ist sogar so ein Symbol für den Safe. Der ist irgendwo da in den Bäumen versteckt. In den Bäumen. Wahrscheinlich unter der Erde muss man auskamen. Ja, ja. Natürlich. Black Gurbels Schatz. Äh... Wie lange jetzt? Irgendwas ist da drüben noch. Töte den Scharpschützen. Hier ist die Party wieder. Ach, das ist die Partisanenparty. Was du meinst. Ganz viele gute Jungs sind da oben. Jesus Christ. Na komm, Bichon. Was redest du? Ja, ich brauch die Beweise. Ey. In mir drin. Was soll denn das schon wieder? Ach so, das ist der eigene. Guck mal, die ballern jetzt hier irgendwie schon seit einer halben Stunde, ne? Und keiner hat den anderen je getroffen. Ja, aber da ging gar nichts weiter. Nee. Ganz, ganz merkwürdig. Go, go, go. Ihr müsst schon hier rüber gehen. Oh, nein. Da ist noch einer. Irgendwo da oben. So, und jetzt müssen wir da durch. Da hinten ist irgendwo noch ein Ziel, wo wir hin müssen. Shotgun-Munition. Ich hab ne Shotgun dabei. Anscheinend, ja. Schon seit längerem. Achtung. Ich könnte bleiben und den Partisanen helfen. Oder die Verwirrung ausnutzen. Die Verwirrung ausnutzen, ja. Welche Verwirrung? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt, du nicht? Achtung. In den Bäumen. In den Bäumen sind noch Nazis. Moment. Ach, kein Hodenschuss. Gibt's doch nicht. Weil du wieder damit reinschießen musst. Nein. Nee, eben nicht. Will ich nicht. Wer hat mich entdeckt? Lass dir mal bitte die Eier wegschießen. Hat er gerade gesagt, du bist festgenommen? Du bist festgenommen. Authentische deutsche Stimmen. Das ist aber romantisch mit dem Lagerfeuer hier und so. Jetzt aber bitte keine amorösen Gefühle hier. Wir sind da, um zu töten. Nicht um zu koscheln, ja. Ist es wie auf YouTube. Ist es wie das selber? Mit dir? Liebe ist gleich der Tod. Liebe ist aber auch gleichzeitig das Leben. Hab ich schön gesagt. Was? Ich hab's nicht verstanden, aber die Explosion. Was wären wir nur ohne Liebe? Hier. Frei. Du meinst, ohne Trieb. Das ist was anderes. Oder ist Liebe und Trieb das Gleiche? Ja gut, ist was anderes, ja. Oh Mann, da oben wäre so eine kleine Brücke gewesen. Hätten wir rübergemusst. Müst. Musst, müsst. Vielleicht gibt's aber hier noch einen Seitenweg. Alles klar. Ah, guck mal hier. Hier kann man auch hoch. Ich bin dauernd am Stöhnen. Tja. Liebe eben, ne? Ne, Triebholz, oder? Ne Mischung. Okay, Moment. Jetzt nochmal hier auf die Karte. Da drüben geht's weiter. Atmen wir schon mal durch. Soldat! Nazis. In der Nähe. Irgendwo hier sind welche. Über uns. Wie kommen wir hier rüber? Siehst du einen? Ähm, ne. Aber irgendwo hier muss einer sein. Nazi! Hallo! Ah, hier drüben. Da drüben. Nein! Haha! Jetzt rennen sie aber hier zum Bunker. Ich glaub, die kommen jetzt alle dahin, wo der andere war, oder? Und kontrollieren jetzt, ob da noch jemand lebt. Eine hervorragende Idee. Find ich auch. Guck, guck. Und hier hin. Guck, zack. Zack, wack. Da war ein Geräusch. Wo ist der Schatz jetzt? Geräusch! Oh, shit! Da ist er, oh Gott! Kannst du auch dagegen schießen, wenn du willst. Hunde. Hunde, ja. Wo ist ich drin? Im Tresor! Und Gold, Nazi-Gold. Echt jetzt? Ich hab vertrauliche Dokumente. Es gibt nur Gold gehört. Da waren nur Dokumente drin. Ja, mit Dokumenten kann ich aber nichts kaufen. Nee, was soll denn der Mist? Wo ist das Nazi-Gold? Wie kommt man denn jetzt hier wieder raus? Ach, hier drüben. Ja, und jetzt müssen wir, Moment, hier den Weg hoch und dann noch den Schützen töten. Dann sind wir durch, oder? Ich mein... I don't know exactly. Ich bin nur hier, um zu töten. Ja, wozu war das dann gut hier? Ja, du wolltest töten. Du hast gesagt, ja, Blut! Ja, gut, okay. Das waren deine Worte. Mehr Blut. Mehr Nazi-Blut für Nazi-Opferungsrituale. Für Satan. Satan. Idominus. Patus. Sanctus. Nazinus. Erntemusikus. Wie, du lebst noch? Ich sag ja, heute haben die ein Geschweineglöck. Ja, er duckt sich genau. Jetzt reicht's mir aber. Echt jetzt? Den hab ich übernommen. Weil ich mich... Ah, komm. Ja, okay. Jetzt kann ich ihm aufhören damit. Auch schon wieder keine Balls. Ich bin getroffen. Er ist verletzt und ich rette dich. Eingeweide. Ey. Ich wollte noch die Kette vervollständigen. Moment. Jetzt sollen wir hier hin? Ach, das ist einer von unseren... What? Da war er. Was ist das für ein Sniper? Der steht hier unten, oder was? Ja. Was für ein Idiot. Die große Flucht. Mehr finde ich nicht. Ja, es wird Zeit für die große Flucht. Zeit für... Die Partisanen. Was für ein Blutbad. Ja. Zeit für den Abgang. Sie alle sind... Tod. Amen. Ende. Ende. Obwohl Quantum durchgewütet ist. Wie eine Maschine. Da habe ich trotzdem mehr Kills. Gut. Wir sehen uns... Hallo, darum geht es gar nicht. Darum geht es. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Es war mal wieder nett. Nächste Folge ist dann das Finale, ne? Dann ist es vorbei. Ist es aus? Dann ist es aus. Da freut sich jemand, oder? Also. Wir werden nicht vergessen. Das ist total wichtig. Sonst kriegt Quantum wieder seine Pillen nicht. Dann bekommt es ja mit. Dann gibt es irgendwelche Nazi-Erntemusik, die getrallert wird. Und er hat Hormonschwankungen. Er braucht seine Hormone. Er wird wieder zur Frau. Danke fürs Zusehen. Und tschüss. Tschüss.